Ich sag mal so, Ahoi. Heute folgendes Thema, erstes Mal PC Gaming, wie man im Titel schon unschwer erkennen kann. Und zwar habe ich ja schon, also wir sprechen Ewigkeiten beim Zocken schon, dass einfach Ego-Shooter auf der Blaze einfach utopisch scheiße sind, wenn man es einfach mal auf den Punkt bringt. Mit dem Controller aimen die Stars einfach wack. Aber mein PC ist jetzt nicht der schnellste und deswegen, ich hatte einmal Fortnite runtergeladen, das hat irgendwie geruckelt und deswegen war die Sache für mich auch erledigt. Heute Nacht, man betone heute Nacht um vier, kam ich auf die glorreiche Idee, einfach mal Steam, diese Plattform runterzuladen auf dem PC und einfach mal dann CSGO mir zu holen und das zu testen. Und ja, was soll ich sagen? Auf jeden Fall allererste Mal PC Gaming, das allererste Mal laufen mit A, S, D, W, D, Stars, Boom, Bang. Also wie gesagt, Noob to the fullest und allererste Mal aimen mit der Maus. Ich werde das auf jeden Fall jetzt in die nächste Zeit noch ein bisschen testen. Schreibt doch mal bitte auch in die Kommentare, ob ihr eher Blaze zockt oder also Konsole allgemein oder PC. Und ja, lasst ein Like da, Daumen nach oben, Abo, D, Stars, Boom, Bang, ihr kennt das komplette Paket. Ich habe euch jetzt aber den Stream von heute Nacht um vier Uhr, als ich gedacht habe, ich lade mal schnell kurz ein PC-Game runter, um das kurz mal zu spielen und dann kurz mal einen Test-Stream zu machen. Genau, da schneide ich euch so ein kleines, kleines Paar zusammen von dem Stream. Der folgt jetzt direkt, zieht es euch rein und wie gesagt, Daumen, D, Stars, Abo, Boom, Bang, Like. In diesem Sinne, viel Spaß damit, bis bald. Eigentlich wollte ich früh pennen, aber ich wollte Ding testen, äh, hier mal, äh, hier mal Ding testen, Alter. Äh, das erste Mal zocke ich gerade auf dem PC, Alter, es ist richtig, äh, Neuland. Ich muss erst mal die Steuerung hier rausbekommen und, wie bekomme ich hier Ding, diese Scheißtür auf? Mit welcher? Ja, super. Oh, hier. Achso, man muss die kaputt schlagen, Scheiß, Alter. Ich will aber eine Waffe, Alter. Okay, gut. Richtig gut gemacht auch. Richtig gut. Richtig gut. Aber mir ruckelt nicht so krass, irgendwie. Brillas, du gesoffen hast, ist deswegen vielleicht ein bisschen ruckelt. Brillas, du Alkohol konsumiert, oder was? Jetzt kommen wir jetzt mit der E-Taste. Dicke. Heilungsspritze, Alter, ich bin voll überfordert. Ja, drück rein. Was fliegt mir? Ey. Ey. Habt ihr gesehen? Aber ich hab ihm schon auf die Hutschnur gezielt, ne? Hab ihm schon auf die Hutschnur gezielt. Verdammte Scheiße, Alter. Oh, guck mal. Hab ich den weggeäumelt, oder? Hab ich den weggeäumelt? PS5 hab ich auch schon gehört, aber, ähm... Dicke, ich hab die Blaze hier, ich hab ne Switch hier und im Endeffekt was zocke ich. Im Endeffekt, im Endeffekt, Endeffekt zocke ich gar nix. Also, nix, was mich krass lang anzieht. So wie GTA, Dicke. Es ging so lang. Wie lang haben wir GTA gezockt? Es war einfach geil, Alter. Das war so ne gute Zeit, Alter. Boah, ey. Ein Abend, oder ein Abend, ein Wochenende. Schönen Grüß an Marius, Alter. Haben wir, äh, haben wir uns, glaub ich, drei Tage eingeschlossen, Alter. Haben davor Hotdogs geholt. Haben einfach nur GTA gesuchtet. Wir waren einfach drei Tage bei mir. In der Butze. Und haben GTA gesuchtet, weil es einfach so überfilmbar. Sanitäre Anlagen, Heizungsbau. Rührig. Ich war so müde, hing auf der Couch ab. Und dann dachte ich, okay, schlag mir das mal kurz runter. Dann musste ich mir Steam runterladen. Ja, Mann. Und dann auf einmal ist das runter. Da hat das ewig gedauert, bis hier CSGO am Start ist. Dann dachte ich, okay, ich geh jetzt pennen. Man versucht so eine Runde testen, man eine Runde testen. Und dann, ah, okay, wenn ich eine Runde testzocke, dann streame ich auch noch eine Runde. Ob es gehen würde mit dem PC. Prost Mahlzeit. Jetzt seht ihr da, wo wir sind. Jetzt seht ihr da, wie wir wieder hängen. Und kommen dann in die Federn. Fünf Uhr nachts. Wenn man einmal Nachtmensch ist, ich glaube, man ist immer Nachtmensch. Ey, Ruski. Ey, Dicker, sollst du Gotterstrike? Dicker, hä? Ein Chineser sagt gerade, ich soll dir sagen, du sollst alles auf Niedrig stellen, bei CSGO. Die Grafikeinstellung. Ah, okay, wo mache ich das? Bei Einstellungen, dann auf Grafik. Einstellungen. Niedrig, niedrig. Keine. Warte mal, Anzeigemodus auf Vollbild. Anzeigemodus. Vollbild. Das haben wir doch. Ne, Vollbild. Das ist doch, das ist doch geil. Äh, FXAA. Initializing, auch. FXAA. A, 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 hier. Deaktiviert. Warum diese Namen eigentlich, Chinese, Russe. Na, Dicker, Chinese, Chinese, Russe ist Russe. Bei uns ist egal, was für eine Nationalität. Wir lieben alle from the bottom. Du glaubst nicht, wie die Steuerung, wenn man das so nie gemacht hat. Für mich ist gerade richtig Ding, Mann. Aber er ist gut, ich bleib bei ihm. Äh, okay. Aber danke auch für die, wie gesagt. Nur nochmal vielen, vielen Dank, Alter, für die Hilfe. Ey, hab ich den zerscheppert? Ich hab einen zersche... Wo sehe ich denn meine Kills, Leute? Tab-Taste. Decker, für mich ist das so neu. Mein Hirn ist reizüberflutet. Ah! Komm, ich will einmal die Hutschnur wegsnipen. Ey, wie viele Kills habe ich schon? Fünf Kills, Mann! Das ist gerade mal meine, keine Ahnung, wie viele da unten. So viel habe ich in meinem ganzen Controller- äh, Playstation-Phase nicht gehabt. Leute, in diesem Sinne. Wie gesagt, war eine kurze Angelegenheit. Aber wie es scheint, funktioniert es. Und vielleicht gibt es ja die nächsten Tage noch ein bisschen, noch ein bisschen diverse Sessions. Aber war lustig. Das erste Mal mit Maus gezockt, das erste Mal PC. Krass neu, aber man bleibt dran. In diesem Sinne, cool, dass alle da waren. Ahoi, ahoi!